Sie hören Familienbande vom Leben lieben und loslassen von Lenko Drewitzki mit Andreas Püschel gelesen von Lenko Drewitzki ein Hörbuch des Argon Verlags I'm losing myself Die Panikattacke traf mich mit voller Wucht. Ich hatte mich zu einem Workshop des amerikanischen Schauspielers Björn Johnson angemeldet, bei dem es um Entspannungsübungen und Techniken ging, die helfen können, nach einer emotional sehr fordernden Rolle wieder zur eigenen inneren Balance zu finden. Wer sich als Schauspieler in die Tiefe einer Figur begibt, muss jedes Mal auch den Rückweg kennen, um nicht dort gefangen zu bleiben. Und da mir eine extrem schwierige Rolle bevorstand, wollte ich gewappnet sein. Im Workshop bereiteten wir verschiedene Szenen vor, zu zweit oder zu dritt, dann arbeitete Björn mit uns. Die Grundvereinbarung war absolute Offenheit von allen Seiten. Ich merkte bald, um wirklich von der Zeit mit ihm profitieren zu können, musste ich ganz unverstellt sein, bereit in mein Inneres hinabzusteigen, es vor mir und den anderen öffentlich zu machen. Das versuchte ich. Aber genau hier lag auch mein Problem. Im Innersten. Und nun hatten mich die Übungen offenbar komplett aus der Bahn geworfen. Ich erlebte eine Panikattacke. Eine psychische Alarmreaktion ohne objektiven äußeren Anlass. Ich stand im wahrsten Sinne des Wortes neben mir. War nicht mehr ich selbst. Schon Tage zuvor war ich mehr und mehr von einer eigenartigen Unruhe erfasst worden. Und es gelang mir nicht, mich zu beruhigen. Weder kannte ich diesen Zustand bisher, noch wusste ich, wohin er mich führen würde. Am dritten Tag des Workshops, in der Pause zwischen den Übungen, ich ging im Flur auf und ab, steigerte sich die Unruhe auf den Höhepunkt. Ich blieb am Fenster stehen, sah in den Hof und versuchte krampfhaft, mich abzulenken. Doch ich konnte noch so angestrengt nach unten blicken. Im Grunde nahm ich gar nicht wahr, dass sich dort Leute bewegten, ein Auto einparkte, Arbeiter sich etwas zuriefen. Alles schien wie in Watte gepackt. Und ich empfand meine Umgebung als fremd und unwirklich. Die Szene, auf die ich mich vorbereitet hatte, war intensiv. Die Figur, die ich spielen sollte, böse, eindringlich und einnehmend. Ich bin kein besonders spiritueller Mensch, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, meine Seele zu verlieren. Ich wollte diese schlechte Energie nicht spüren und konnte sie trotzdem nicht von mir fernhalten. Es fühlte sich schrecklich an. Sämtliche Abwehrmechanismen schienen zu versagen. Ich lief zurück in den Übungsraum, damit Björn mir hilft. Björn, I need your help. What's going on? I'm losing myself. Oh, that's good. I'll help you to come back. Björn knöpfte mein Hemd auf, nahm meine Hand und forderte mich auf, mich zu berühren. Ich wusste in diesem Moment nicht, was das sollte, tat aber, was er sagte. Und es war wirklich, als kehre ich, als kehre meine Seele zu mir zurück. Die Gefahr war abgewendet, die Panik überwunden. Denn, zunächst, wenn es so etwas gibt, wie die maximale emotionale Achterbahnfahrt, dann erlebte ich sie innerhalb von ein paar Monaten in den Jahren 2004 und 2005. Liebe, Leid und Leidenschaft. Tod, Panik, Angst und Flucht. Flucht vor mir, vor all dem, was da in mir ist. Privat befand ich mich nach fast 15-jähriger Freundschaft plötzlich in einer Liebesbeziehung mit meiner besten Freundin Nora wieder. Bisher hatten wir etwas, was man platonisch nennt, also nicht sinnlich ist, sondern rein seelisch-geistig. Nun also Liebe, Emotion, Nähe, Intimität. Und das mit einem Menschen, den man schon ewig zu kennen glaubte. Der immer da war. Eine völlig neue Lebenssituation überrumpelte mich. Ich spürte eine andere Verantwortung. Und die Sorge, wenn es mit meiner neuen Freundin nicht klappt, dann verliere ich auch die alte. Nora war mein Herzensmensch. Aber das war mein Herzensmensch. The End Vielen Dank.